Grüß Gott, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich suche einen Pullover. Das tut mir leid, es gibt keine Pullover mehr. Möchten Sie vielleicht ein Hemd? Ich weiß nicht. Bitte zeigen Sie mir Ihre Hemden einmal. Das Graue gefällt mir. Welche Größe ist das? Das ist Größe 41. Welche Größe brauchen Sie? Größe 41 ist zu klein. Haben Sie es vielleicht in 43? Warten Sie, ich schaue einmal. Ja, hier bitte. Fein. Wie viel kostet das Hemd? Es kostet 49,90 Euro. 49,90 Euro? Ja, genau. Das ist nicht zu teuer. Hier bitte, 100 Euro. Vielen Dank. Sie bekommen 51,10 Euro zurück. Danke und auf Wiedersehen.